Hallo und willkommen zurück bei Hollow Knight. Seelenmeister, habgieriger Gott der Seele. Geben, Geben, Geben. Hmph! 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 Riech! Das war der Seelenmeister. Im eigentlichen Spiel überrascht einen natürlich, weil man denkt, als er sich so herumteleportiert hat, dass da der Kampf vorbei ist. Aber er war da eben noch nicht vorbei. Und er hat eine stärkere Form, die ich unterhaltsamer finde. Gucken wir uns nächstes Video an. Tschüss und bis zum nächsten Mal.